Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit, mit dem Fred und jetzt habe ich ja gesagt, wir wollen mal Bowler gegen Super Bowler testen. Warte mal, ich habe hier gar nicht die richtige Super-Truppe aktiviert, aber das ist sowieso egal, denn beim Freundschaftsspiel brauchen wir das ja nicht. Wir gucken mal drauf, ich habe eine ganz spezielle Base gebaut, so sieht sie nämlich aus. Und zwar sollen die beiden Truppen von hier unten vorgehen und jetzt habe ich hier erstmal drei Mienen, dann habe ich zweimal Goldlager, dann habe ich zweimal Elixierlager, zweimal eine normale Kaserne, eine dunkle Kaserne, eine Kanone, einen Bogenturm und zwei Magier-Türme. Und was fällt auf? Es ist natürlich noch alles sehr niedrig vom Level, genauer gesagt Level 1. Jo, und auf einer Bahn wird der Bowler laufen, auf der anderen wird der Super Bowler laufen. Allerdings gibt es da ja noch einen kleinen Twist oder beziehungsweise eine kleine Besonderheit, denn der Super Bowler hat ja 30 Wohnraum und der normale Bowler hat nur, was war das, 6, 6, 6, 6, 6 Wohnraum? Hat der normale Fratzl nur 6 Wohnraum? Man kommt ja immer so ein bisschen durcheinander bei den ganzen Truppen, wie viel Wohnraum sie jetzt haben. Ja, hatte ich doch recht. Bedeutet, 5 normale Bowler entsprechen einem Super Bowler, 5 mal 6 ist 30, jawollski. Und jetzt können wir loslegen. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das jetzt genau mache. Vielleicht stoppe ich auch einfach mal die Zeit. Und zwar, das ist der normale Fratzl und das ist der Super Fratzl. So nennen wir sie jetzt einfach mal im folgenden Verlauf. Jetzt muss ich nur gucken, ich habe, also nochmal ganz kurz zur Erklärung. Ich habe beide Bahnen etwas weiter auseinander gebaut, damit nicht zufällig der Super Bowler mit den drei Bouncern sozusagen in die andere Bahn reinkommt. Und ich habe die Mauern auch schon hochgezogen auf Level 13. Warum habe ich das gemacht? Einfach aus dem Grund, damit die nicht zufällig irgendwie außen noch rumlaufen oder so. Ihr wisst Bescheid. Vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen umbauen. Vielleicht müssen wir noch so eine Startbox bauen für die beiden. Das werden wir dann noch sehen. Also mal gucken. So, zack. Wir nehmen jetzt erstmal den normalen. Wir nehmen den normalen Bowler mal und gucken mal nach, wie viel kann er denn... Wie lange braucht er dafür? Wie lange braucht er, um das jetzt kaputt zu machen? Aber es läuft so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber er läuft da durch. Er läuft durch die Bahn durch. Das ist schon mal gut. Und läuft nicht außen rum, denn das wäre schlecht gewesen, wenn er das tut, der kleine Fratzl. No, 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 no. Er denkt dann zweimal bouncen gegen dreimal bouncen. Und natürlich mehr Schaden beim Bowler, beim Super Bowler. Das müsst ihr natürlich auch noch bedenken. Der hat viel mehr Schaden. Ich bin so gespannt auf euer Feedback. Ich bin so gespannt auf die Taktiken. Und jetzt, deswegen habe ich halt nur Level 1 Verteidigung genommen. Damit die Verteidigungen sich zwar wehren können, aber den Bowler natürlich nicht zerstören. Jetzt, warte, 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 jetzt, achtet mal. Was ist Restzeit? Zwei Minuten, eine Minute 59, 58, 57, ne? Eine Minute 58, eine Minute 57. So den Dreh zur Erklärung. Ich habe jetzt mein anderes Handy hier. So, zack. Also quasi Tablet, wo ich gerade aufnehme. Und noch, Moment, ich muss mir mal eben noch ein bisschen spinnen. So, zack, 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 zack. Wir sind natürlich im Developer-Bild. Mit meinen drei Accounts muss ich jetzt nicht erwähnen, glaube ich, ne? Muss ich, muss ich jetzt, glaube ich, nicht erwähnen. Muss ich, glaube ich, nicht erwähnen. So, also eine Minute und, ja, sagen wir mal, geben wir ihm mal noch eine Sekunde dazu. Also eine Minute 58, machen wir es mal noch etwas besser. So, Super Bowler. Ja, er läuft, er läuft auch durch, er läuft auch durch. Gut. Er darf nicht aus, die dürfen halt nicht außen rumlaufen. Das wäre dann immer schlecht, ne? Dann würde die Base nicht richtig funktionieren. Ja, komm, wie schnell der ist. Ja, der Super Bowler mit seinen Superschlappen, der, der haut schon ordentlich rein. Der haut schon ordentlich rein. Warte mal, da ist ein Fehler drin. Ich habe einen Fehler in meiner Base. Da ist nämlich eine Lücke drin, bedeutet, das muss ich gleich mal eben wechseln, nach der Kaserne. Warte mal, wo ist denn da der Fehler? Ah, jetzt weiß ich, wo der Fehler ist. Die nachfolgenden Gebäude, okay, 2 Minuten 25. 2 Minuten 25. Alter, ich muss aber sowieso mal eben ganz kurz umbauen. Kurzer Cut und bis gleich. Okay, ich habe etwas umgebaut und zwar habe ich jetzt hier an die Seite noch, beziehungsweise unten habe ich noch jeweils eine Mauer dran gemacht, damit die halt nicht da raus können. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir lassen sie jetzt einfach mal, erst einmal beide gegeneinander antreten, aber eins gegen eins. Naja, machen wir erstmal eins gegen eins. So. Jetzt muss ich nur ganz schnell sein quasi. Moment. Zack, zack. So. Ja, es sind ungefähr, es sind ungefähr gleich. Sagen wir mal, der Bowler hat so eine halbe Sekunde Vorsprung gehabt. Nein, jetzt läuft er außen rum. Genau das, was eigentlich nicht passieren sollte, passiert jetzt. Er läuft jetzt außen rum, weil er, ja, er hat nichts vor sich. Ich muss die echt ein bisschen weiter nach vorne setzen, glaube ich. Der Bowler läuft. Der Bowler läuft durch. Aber gut, dann gewinnt er halt. Dann gewinnt er halt gegen den Superbowler, weil er sich an die Regeln hält. Und der Superbowler hält sich halt nicht an die Regeln. Aber es ist ja eh nur Spaß. Ist ja nur eine Spaß-Episode, Leute, nehmt es nicht zu ernst. Aber ganz interessant mal zu sehen. Der Bowler, ja, das ist, ich bin echt mal wirklich gespannt, was für Taktiken wir da sehen werden. Bei den Superbowlern. Weil sie halt sehr viel Wohnraum haben, ne. Ey, 30 Wohnraum, das ist schon wirklich viel. Das ist schon, das ist schon wirklich viel. Da muss man echt, da muss man wirklich gut aufpassen. Ja, der Bowler ist jetzt fertig. Der Superbowler hat gar nichts hingekriegt. Der ist jetzt immer noch an der Mauer. Jetzt hat er die Mauer gerade mal kaputt gemacht. Na gut, wir gucken nochmal. Ich glaube, ich muss die wirklich ganz, ganz dicht vor die Mine setzen, damit der, also den Superbowler, damit der halt wirklich auch gerade durchläuft. Aber wir werden es testen. So. Zack und zack. Und jetzt kommt Superbowler. Enttäuscht mich nicht schon wieder. Dankeschön, mein Freund. Jetzt, jetzt ist es wirklich Kopf-an-Kopf-Rennen. Jetzt ist es wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber der Bowler, der Superbowler entscheidet das natürlich jetzt für sich. Aber der Bowler gibt nicht auf. Er ist nur ein Gebäude in Rückstadt. Ah, zwei Gebäude. Oh, 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 oh. Oh, ich glaube auch die eine Kaserne war höher gelevelt, oder? Kann das sein? Die eine Kaserne war, glaube ich, höher gelevelt. Ist aber im Endeffekt auch egal. Ja, denn es ist ein sehr einseitiges Rennen. Aber wir haben ja noch die Geheimwaffe. Und die Geheimwaffe ist, dass wir noch fünf Bowler, also vier weitere Bowler nehmen können, damit das ausgeglichen ist. Hoffentlich. Wir werden sehen, was passiert. Sie sind auch Freunde. Sie sind natürlich nicht nur Cousins, sie sind auch Freunde. Deswegen sagt der Superbowler, ey, ich helfe jetzt mit. Was mich auch noch interessiert, was passiert denn bei einer Explosion des Rathauses? Mit euch kleinen Flatzeln. Oh, oh, richtig viel Schaden kriegen sie. Oh, nicht kaputt, gehen vorher. Sie gehen vorher kaputt. Oh, jetzt sind sie vergiftet. Jetzt sind sie vergiftet. Jetzt tragen sie ihren Kieselstein ganz langsam da durch. Oh Mann. Da sind sie doch mal zusammen, die beiden. Bowler gegen Superbowler. So sieht das Ganze aus. Aber wir machen jetzt noch eine Runde. Und zwar, ich habe es ja gesagt, wir machen jetzt quasi fünf Bowler gegen einen Superbowler. So, Moment. Ich würde ja sagen, jetzt machen wir ruhig mal einzeln. Ja, die eine Kaserne ist tatsächlich höher gelevelt. Ist aber egal. Wir lassen jetzt einfach mal die unten antreten, oder? Jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Müssten aber sechs Stück sein. Warte mal, habe ich zu viel? Zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Oh Gott, oh Gott. Fünf Stück, fünf Stück, fünf Stück. Nicht sechs Stück, fünf Stück. So. Es gab mal einen Trainer von Kaiserslautern, der hieß, glaube ich, fünf Stück. Und dann haben die fünf eins verloren. Kleine Geschichte am Rande. So. Jetzt passt es. Lauf durch, genau. Eben waren es eine Minute 58 für den Bowler und zwei Minuten 25 für den Superbowler. Jetzt. Nein. Nicht weglaufen. Ja, jetzt haben sie sich ein bisschen ihrer eigenen Stärke beraubt. Aber es sind immer noch drei Stück übrig. Es sind ja immer noch drei übrig. Sie können jetzt immer noch rumreißen. Zwei Minuten 25. Nicht vergessen. Komm, 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 komm. Und gleich machen wir einfach mal alle, also komplettes Lager Bowler gegen komplettes Lager Superbowler. Was wird passieren? Und dann machen wir ruhig mal beide. Dann lassen wir ruhig mal auf beide Bahnen gehen. Oh, 225. Er hat ausgeglichen. Er hat ausgeglichen. Der Teufelskerl. Der Teufelskerl der Bowler hat es ausgeglichen. Ui, 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 ui. Obwohl nur drei Stück mitgelaufen sind. Ich würde mich jetzt mal wirklich mal interessieren, was passiert, wenn wirklich mal alle an einem Strang ziehen. Leute, zwei, ui, 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 ui. Komm, bitte, Leute, Beallung. Ihr müsst alle mitlaufen jetzt. Ihr müsst wirklich alle mitlaufen. Ihr müsst alle mithelfen. Oh, nein. Und wieder zwei. Oh, das ist drei. Drei Stück sogar. Der eine läuft noch so ein bisschen mit. Der eine denkt sich, so, was mache ich jetzt hier? Und die anderen beiden, die denken sich, nö, nö, wir laufen nie mit. Wir haben keinen Bock. Sozusagen der kleine Matthias unter den Bowlern. Das ist hier so der Matthias unter den Bowlern. Ich will hier raus. Kennt wer den Jungen im Bus? Ich muss hier raus. Nee, warte. Ich muss raus. Das ist Matthias bei Spielen. Ich muss raus. 2,24 übrigens. So. Und jetzt habe ich ja gesagt, komplettes Lager nur Super Bowler und komplettes Lager nur Bowler. Wir fangen erst mal mit den Bowlern an. So, da kriegen wir echt einige zusammen. Nämlich 50 Stück. Wieso? Wieso hast du das nicht gespeichert jetzt? Hab ich nicht drauf gedrückt. Hab ich nicht auf Speichern gedrückt. So. Engraven. Das bedeutet, jetzt mit zwei Fingern versuche ich das jetzt hier halbwegs hinzukriegen. Warte mal. So. Müsste eigentlich passen. 25 auf jeder Seite. Und jetzt ist die Frage, wie schnell sind sie? Oh, sie wollen wieder außen raus. Aber nicht alle. Es sind da noch einige, die durchlaufen. Ein paar Matthiasse sind noch außen unterwegs jetzt gleich. Aber das soll uns jetzt nicht abhalten davon. Wir achten auf die Zeit. Beides muss weg. Beides muss weg. Beide Bahnen müssen weg. Oh, jetzt war da 2.37. Komm, 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 komm. Beeilung, Beeilung. 2.35. Oh, 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 oh. 32. 31. 30. 29. 2 Minuten 29. Und jetzt ist natürlich die Sache, wir kriegen nur 10 Superbowler zusammen. Das wird natürlich jetzt nochmal, das wird natürlich richtig spannend. Nur 10 Superbowler, alles klar. Moment. Weg damit. Ja, guckt euch das mal an hier. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13. Also 13 Supertruppen, Leute. Wo wollt ihr denn hin mit den ganzen Supertruppen, ey? Gefühlt bei jedem Update einfach nur immer Supertruppe, 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 so. Moment. Jetzt. Die Zeit, die zu schlagen ist. 2.32 war das, glaube ich, ne? Ich hab's nicht mehr ganz im Kopf. Oh, die einen, guck mal, die Bowler auf der Seite. Die wollen schon raus. Die wollen schon raus. Nein, dann helft doch mit, Leute. Helft doch mit. Ja, sie wollen nicht. Auf der Seite läuft es ein bisschen besser. Da ist noch mehr unterwegs. Aber, sie, sie müssten eigentlich auch schneller sein. Guck mal, jetzt sind da noch drei Gebäude übrig. Die müssten sie eigentlich kriegen. 2.36, 3.5, 3.4, 3.3. Nein, nein, auch 2.32. Ich glaube, das müsste sogar die gleiche Zeit gewesen sein. Bin mir nicht sicher. Aber was ich jetzt noch machen werde. Ich werde jetzt mal, vielleicht soll ich noch umbauen. Ne, belass das jetzt noch mal eben. Ich hab noch eine Idee, was ich mache. Passt mal auf. Und zwar werde ich jetzt alle Gebäude auf Maximum machen. Buildings and Resources, maybe gucken. So. Wir machen jetzt alles auf Maximum. Fordern uns noch mal heraus. Und dann werden wir mal sehen. Dann werden wir mal sehen, Leute. So. Zack, zack, zack. Jetzt geht's nochmal rund. Nochmal alle Superbowler an den Start. Jetzt bleibt doch bitte beisammen, Leute. Ihr müsst als Team, müsst ihr jetzt zusammenarbeiten. Ah, da will wieder 2, wollen wieder weg. Aber auf der anderen Seite läuft's besser. Die sind jetzt dichter zusammen. Ja, mal gucken, was jetzt hierbei rumkommt. Und vor allem gleich die Bowler natürlich. Oh, guck mal, das Gebäude haben sie jetzt nicht geholt. Der eine Bowler will weg. Und unten wollen zwei weg. Und die Frage ist natürlich jetzt auch... Boah, die... Ja, stimmt. Maximale Kanone, maximaler Turm. Also Bogenturm, ähm, Magerturm. Die sind jetzt alle auf Maximum. Das fände ich auch nochmal super interessant. Auf der Seite sind sie schon fertig. Das ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie die Unterschiede sind. Und... 2, 21. Merkt es euch mal eben, bitte. Merkt es mir mal, merkt es dir mal, bitte. 2 Minuten 21 für die Superbowler. So, weg damit. Jetzt werden wir wieder alle Bowler-Abo hin... O-ah, mei, 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 mei. So. Ja. Zack. Speichern. Angreifen. Ab dafür. So. 3, 2, 1 und los. Alle hingepflanzt. Ja. Ja, müssen wir nochmal neu. Das dauert aber auch, wenn du die echt, obwohl ich die eigentlich mit Multitouch beide jetzt gesetzt habe. Ja, sind es halt trotzdem 50 Bowler. Das bedeutet 25 pro Bahn. So, jetzt aber. Ich gucke immer so ein bisschen im Augenwinkel. Ja, jetzt habe ich ein bisschen im Augenwinkel geguckt, wie viel wir denn da schon gesetzt haben. Und ich hab mir die Zeit wieder nicht gemerkt. Der Super-Paula. Das ist unglaublich. Sebastian Panthen wäre stolz auf mich so schnell, wie ich die Zeiten hier vergessen habe. Aber es wird interessant sein, wie viele von denen auch überleben werden. Weil wir jetzt sehen, dass natürlich die Kanone und auch der Bogenturm schon mal ordentlich Schaden machen. Aber der Bogenturm ist jetzt schon weg. Der ist schon weg. Oh, der Magierturm ist jetzt auch weg auf der Seite. Ich glaub, 2.24 war es. Ist es wieder knapp? Nee, das haben sie sowieso verloren. Auch wenn ich die Zeit nicht mehr weiß. Ich weiß, die sind jetzt auf jeden Fall langsamer. Denn unten, guckt euch das mal an. Die haben jetzt unten richtig zu kämpfen noch. Ihr habt 2.15. Da haben sie definitiv verloren. Und was passiert jetzt noch? Kriegen sie es noch hin, sich das Rad noch zu holen? Ich glaube nämlich nicht, dass sie das noch schaffen werden. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Das schaffen sie nicht mehr. Das schaffen sie nicht mehr mit ihren grünen Kieseln. Das ist vorbei. Sie haben noch ein bisschen Schaden gemacht gerade, aber das reicht nicht mehr. Der letzte Boller wird jetzt nämlich kaputt gehen. Ja. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende von dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es folgen natürlich noch weitere Episoden. Also bleibt dabei, wenn ihr Interesse an Clash auf Glanz habt. Lasst doch gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Vergesst nicht, mein Twitter, Creator Code, MBF. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.